Du kommst auf, dass eine andere Dach da gegenüber des Parkhauses ist. Ja, ich komm da auch hin. Beide können zusammen, meintest du, gell? Ich glaub schon, die Nachnamen. So, morgen erklären wir mal, was genau passiert ist. Jungs, ich bin weg, ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke dir für deine Hilfe. Ciao, ciao, gute Nacht. Thomas Meyer hat ein Ticket gegen den Ikane gemacht und du hast ihn wegen Okane gemacht. Deswegen sind wir beide jetzt hier gewesen. Was waren du gerade für eine Hilfe für dich? Mach mal, einfach schneiden. Warte ganz kurz, ich bin gut zum Ticket. Guck mal, da haben wir den Pendant, der abgestochen worden ist. Du hast den Kassel, du musst abgestochen. Du hast den Kassel, du musst abgestochen. Okay, wo du... Danke, danke. Und den Fackels, mach dich dahin. Guck mal, der Typ da an der ersten Maschine, der Hundesohn, der gewinnt fast jeden zweiten Dronkel gewinnt irgendwas. Warum beleidigst du den? Warum, warum, doch alles eingeht? Ernst mal, Junge, halt, ich chill doch. Ich schwöre, was ist mit dir? Wie bist du hier? Junge, was ist denn falsch mit dir? Junge, hier drin ist OEC-Sohn. Das ist ein bisschen toll, ich mach die schön Waffe weg, ich mach die kacke Waffe weg, du Fotze, Alter, du kacke Zwerg, du Fotzenknecht.